Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, Nationalismus darf in unserer Gesellschaft nicht unwidersprochen stehen bleiben. Wenn die AfD zu einer großen Demonstration oder einem großen Aufmarsch in Berlin aufruft, müssen auch die Gegenträfte auf die Straße gehen. Wir demonstrieren deshalb am 27. Mai für Toleranz, für Weltoffenheit, gegen Fremdenfeindlichkeit und für Solidarität. Macht alle mit! Untertitelung des ZDF, 2020